So, halli hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. Wir besteigen heute den Berg, denn wir haben mit dem Pfefferminzbonbons jetzt das Mittel an diesem Grumpy Schneemann vorbeizukommen. Und ganz oben auf dem Berg, ich sag noch nicht was da auf uns wartet, nein, nein, das wär ja Spoiler, das wär ja blöd. Aber wir besteigen auf jeden Fall jetzt den Berg hier weiter. Das ist ja auch so das Einzige, was wir im Moment noch tun können, glaube ich. Es kann sein, dass ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe und wir dann noch eine Stunde backtracken müssen, so fünf Folgen oder so. Keine Ahnung, nein, ich müsste alles haben. So, hier müssen wir, Moment, verzehre ein Pfefferminzbonbon. Warum auch immer, dass gegen den Schneemann hilf, ah, natürlich, natürlich, das, ah, richtig, natürlich. Warum, warum frage ich überhaupt? So, dann, ab, hüppf. Oh. Wie typisch. Gerade als ich dachte, ich würde Fortschritte machen. Aber, mithilfe des Hexenbesens, können wir da einfach drüber fliegen. Ja, gut. Da hab ich wohl etwas zu viel Gas gegeben. Meinst du? Wenn ich hier, hier gibt's sonst nichts. Die sind magisch und physikalisch versiegelt. Ähm. Das geht doch so nicht. Moment, jetzt hab ich irgendwas... Jetzt hab ich gerade irgendwas vergessen. Ah, ja, richtig. Richtig, hier müssen wir... den... Trank des Druiden zu uns nehmen. Und ab hier wird's kompliziert. Ich... Hier unten ist ein kleiner Spalt in der Tür. Ich bin das schön, wie da der Haufen mit unserem Loot da lag. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich... Wir haben nicht mal mehr die Karte. Wie bist du hier hereingekommen? Wir haben nicht mehr die Karte. Wir haben nicht mehr die Karte. Wir haben nicht mehr die Karte. Ich verstehe. Hey! Lass mich runter, du ekliger Typ. Was ist das für ein Geruch? denke dran, dass ich zu Hause dein Futter wechsle. Du hast einen Killer-Haarball hier. Ich nehme es mal an mich. Das war ekelerregend. So, an der Stelle hatte ich ich werde es gleich noch mal weiter erläutern. Einen kleinen Game-Breaking-Bug. Ich musste gerade über eine Stunde noch mal an Material nachspielen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht wieder vorkommt, deswegen mache ich das jetzt alles sehr genau. So, wir haben hier einen Stein, den wir mitnehmen. Wir untersuchen mal den Eimer hier. Da liegt ein Zündholz drin. Ja. Ich nehme es lieber mit. Richtig, guter Plan. Dann nimm das mit. Wir können hier noch ich weiß das jetzt leider alles schon das Blatt mitnehmen, weil ich es ja wie gesagt gerade eben schon gespielt habe. Nur dann bin ich hier vorne gleich in einen Bug reingerannt. In den ich natürlich Ich glaube, ich bin in einem gigantischen Garten. reinrennen möchte. So, wir nehmen das Lilienblatt. Klatsch. Können dann Ich lasse es hier. Das ist zu groß zum Aufheben. Gute Idee. Das Streichholz mit dem Blatt benutzen. Und ihr seht, worauf das hinausläuft. Das Blatt mit dem Streichholz. Wir bauen uns ein Boot. Yay. Können dann Moment. Nimm. Hier drüben einen Samen holen. Wir fahren dann wieder zurück ans Ufer. Können mit Hilfe des Steins den Samen zu Öl kloppen. Ich habe sie zu Öl geschlagen. So. Dann befestigen wir das Haar da oben am Wasserhahn. Zack. Es ist mit Rost überzogen. Okay. Und benutzen jetzt das Öl mit dem Wasserhahn. Und ich hatte eben den Bug. Das eigentlich sollte Simon das jetzt alles einölen und so. Bei mir hing zum einen Äh, ich zeige das gleich nochmal. Bei mir hing irgendwie das Seil sehr komisch. Das hing irgendwo Moment. Ich habe gerade keinen Mauscursor. Das Seil hing hier irgendwo in der Luft. Und wenn ich daran gezogen habe kam kein Wasser aus dem Wasserhahn. Weil jetzt Also läuft Wasser aus dem Wasserhahn. Und wir können mit dem Boot weiter segeln. Denn hier gibt es gleich eine Stelle wo man eben mit niedrigem Wasserstand nicht vorbeikommt. Und ich bin hier eben nicht weitergekommen. Weil ich eben äh kein Wasser aus dem Hahn bekommen habe. Und deswegen musste ich das jetzt alles gerade nochmal neu spielen. So ab hier ist jetzt aber wieder äh blind. So wir müssen also nicht blind aber hier habe ich das nicht gerade eben schon gespielt. Hier sollen wir wohl Moment Moment Nein kannst du Nein Hä Nein Simon Simon der Zauberer kannst du Nein das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay dann ist es wohl nicht hier dann müssen wir doch wieder auf die andere Seite Sorry Ich weiß jetzt auch gar nicht Es kann sein dass die Folge jetzt übertrieben lang wird Dann tut mir das leid oder ich mache die jetzt ein bisschen kürzer aber dann laufe ich halt Gefahr Ich weiß jetzt nicht wie lange die alte Aufnahme ging beziehungsweise wie ich das zurechtgeschnitten habe So wir schauen uns mal halt Wasser an Schau an Wasser Eine kleine Kaulquappe schwimmt da drin Nimm Kaulquappe Sehr schön Dann Riebe mit Frosch Was ist das da eigentlich zum Aristoteles oder so Entschuldigen Sie ich muss hier vorbei Entschuldigen Sie mich ich muss hier vorbei Mach den Weg frei oder die Kaulquappe stirbt Mach den Weg frei oder die Kaulquappe stirbt Na Ich glaube ich hab's ihm gezeigt Na also Bye bye kleiner Freund Kann ich hier einen Pilz mitnehmen Mit dem Pilz müssten wir auch eigentlich wieder groß werden wenn wir den verzehren Ich esse auch immer random Pilze die ich im Garten finde ganz ganz normal Oh eine kopflose Statue Ah das war der Kopf den wir gerade eben gesehen haben So wir haben Moment da war gerade Ast 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 Ah den kann ich mitnehmen oder was Der Ast hier hat ein eigenes Event dann äh schnappen wir uns den mal Ich weiß jetzt leider auch nicht wie lang das Spiel an sich noch geht Gehst du bitte da rein Danke Ah jetzt sind wir wieder hier Sieht aus wie ein Erdbeben Äh Ist ein Mimik Ich weiß nicht wie du das siehst aber ich hau ab Ja Okay es scheint noch etwas auf uns zuzukommen Dann hoffe ich dass die Folge euch soweit gefallen hat Wenn ja dann lasst ein Däumchen nach oben Da würde mich sehr freuen Um keine weiteren Folgen zu verpassen Abonnieren nicht vergessen Und bis zum nächsten Mal Ciao ciao Bis zum nächsten Mal